so, gestartet wie noch was, den hatten wir, hatten wir, VR Battleship Yamato, ja, ich erinnere mich, das ist ein, da muss man normalerweise Geld für bezahlen und das ist dann die Demo-Version dazu, die Frage ist jetzt, wer gibt irgendwie, ich weiß nicht, 12 Euro oder so dafür aus, dass er das Battleship Yamato sehen kann, ahoi, ah, press Enter-Key, HTC Vive Demo-Version, press any key oder press Enter-Key, ich presse mal Enter, klar zum Enter-Pressen, hier klappere ich noch, ich muss das Kabel hier noch ein tic, ein tic kürzer fassen, ja, oder hier einen längeren Bogen machen, das er hier, ja, so nochmal, ich kann es weiter nicht verschieben, ich muss noch einmal drüber nachdenken, ahoi, Gefällt mir, aber so weit gut. Ich könnte mich freuen, dass ich die Wasserfalle entstelle. Moin, Lolli! Ahoi, ihr Ladra! Ahoi, ihr Ladra! Konnichiwa! Maschinen, bis wir jetzt an, die vielmehreen. Das macht es noch nie dabei. Bis zum nächsten Mal. Wie viele, die wir alle hinterlassen haben! Bitte! Mein Name! Ich möchte bitte! Ja, das ist unsere Übung, das Kapitän, ja. Oh, da war. Wolle ist der. Wiss. Tate, tats! Yamato-E, Kancho-Takayana. Ja, das war's. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ja, bis jetzt, nett. Es ist schon mal wie witzig. Hallo, hier ist es in der 1.環境, das ist die Stadt der Hauptstadt. Es ist die Welt, die sich in der 1.環境, die sich in der 1.環境. Das ist schon geil gemacht hier. Also das ist für Lau auf jeden Fall schonmal ein Testwert. Was ist das denn? Was ist das denn? Macht keinen falschen Fehler! Ich habe den Film mit Steven Seagal gesehen. Das ist alles, was der Kippen angeben will. Wenn die stehen bleiben, dann halte ich mir die Uhr zu. Was ist das? Das war geil! Also wie gesagt, das gibt es auch in Vollversion. Also bis jetzt NETT! Wirklich NETT! Vor allen Dingen für Lau, das kann man sich echt angucken. So, auch das ist einer, der bei mir das Gütesiegel, jawoll, den kann man sich downloaden bekommt. So, stoppen! Wirklich NETT! Wirklich NETT! Wirklich NETT! Wirklich NETT!